Hey Leute, was geht? Wir sind jetzt hier am Strand auf Armeland. Kleiner Freestyle am Rande. Wir bewegen uns gerade rückwärts auf das Wasser zu. Mal schauen, was sich da so ergibt. Frederik, was hoffst du dir? Wasser. Ich hoffe, dass da Wasser ist. Das wäre eine große Überraschung für mich. Denn das ist ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlicher als ein Schicki. Aber wir lasst uns einfach mal überraschen. Ihr seid live dabei. Schnitzel Hawaii. Schmeckt lecker. Als kleine Nebeninformation. Und ja, das war es eigentlich auch. Hier ist jetzt noch 5 Meter zu gehen. Ich bin schon ganz wuschig. Ich bin schon ganz wuschig. Ähm, yo. Du, lass mal Muscheln sammeln. Sorry. Meine Kamera leckt. Warum hast du nicht nein gesagt? Ich bin jetzt hier am Water. Oh, ja, sorry. Ich bin jetzt hier am Fahrrad. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020